Alles läuft nach Plan. Wunderbar. Dann kann die Show ja losgehen. Natürlich werden sie ihn schicken. Was bleibt ihnen anderes übrig? Nun treffe ich also die Legende, dass ich nicht lache. Nur weil er Vater getötet hat und mir zuvor kam. Vater war alt, schwach und starrsinnig und hatte sein Ideale schon längst verraten. Er wäre ohnehin gefallen. Ob ich Angst habe? Ernsthaft. Warum? Er ist doch nur der Prototyp. Ich bin das Update. Bald startet das Familientreffen. Ich freue mich schon drauf. Bald sehen wir uns. Bruder.